Hey, either you read the text on screen or watch the previous highlights. Hope you enjoyed the video. Reden Sie, das einzige was anders ist, ist, dass Herr Juri nicht hier ist. Frau Juri und Frau Monika und Frau Merzki. Beruht euch, Jungs, Mädels, Heterosexuelle, Homosexuelle, Bisexuelle, Pansexuelle, LGBTQ, Leute, die Cringe Compilations machen, Leute, die auf Tumblr herum geistern, Leute, die auf Tumblr überhaupt sind, Socialist Warriors, Leute, die einfach, einfach getriggert werden. Ich lasse es nicht gehen. Hitschmann, jetzt geh ich auch. Herr Gott! Herr Gott, Alter! Auch ich kann es jetzt sagen, wie ich. Ich schätze, ich habe Juri nie gerne Kredit gegeben. Du hast, du hast sie gefragt, ob sie dir den Inhalt ihrer Geldböse zeigen sollen. Also, zeigen sollen. Da war nichts drin, außer vielleicht ein paar Motten. Du hast sie nie Kredit gegeben. Du hattest ihr nie Kredit gegeben. Oh mein, Deutsch. Aber ich kann sagen, dass es noch schwieriger für dich ist, wenn sie nicht da ist. In diesem Fall. Jeder sieht mich direkt an. Aber natürlich werde ich mit... Haaaaaaah. Ich mache die 100%-Range. So. Wir haben Ciri genommen. Über und wieder. Also, wen haben wir gekauft? Wir haben Monika gekauft. Natürlich, nein. Ich meine, wenn es jemand ist, dann helfe ich sie, Juri. Also denke ich, es ist Zeit für uns rauszugehen. Oh, wir machen... Wir machen ein... Wir gehen zum Park. Wir spielen ein Sport. Vielleicht ein Fußball. Ein bisschen Soccer. Und ich... Und ich habe beide Versionen von... ... das gleiche Wort. What the fuck? Yo, bitch. Englisch. Es gibt mehr Stile zwischen uns. Stille. Stille. Nicht Stille. Ich mag es, es zu haben, es zu haben. Nicht, es zu haben, es zu haben. Ein bisschen Säu ist gut. Aber nicht ein bisschen Stille. Mir ist nichts passiert. Ich war schon immer so. Du siehst es nur zum ersten Mal. Sehen was? Wovon redest du, Juri? Du wirst mich wirklich dazu bringen, als zu sagen, nicht warum? Hä? Hä? Ich denke, ich habe diesmal keine andere Wahl. Die Sache ist, ich hatte mein ganzes Leben lang wirklich schlimme Paterpressionen. Wusstest du das? Warum denkst du, dass ich jeden Tag zur Schule komme? We're still late. Aber es fühlt sich auch gut an, als würde eine Fliedermaus gegen meinen Kopf geschwungen. F... 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 I get to choke, because... A baseball bat and a... Noble and... Ba... Noble bat. Okay, but no. Just no. Du musst wirklich... BITCH! Den Beste raus! We don't beat the crab out of the icing, no. We just beat. Ich habe Angst, Roman. Ich habe wirklich Angst. Wofür hast du Angst, Sayuri? Ich habe Angst, dass... Dass ich dich vielleicht mehr mag, als du mich magst. Sayuri! Das stimmt, Ola. Ich war schwach und begann, dich zu sehr zu mögen. Ich habe es mir selbst angetan. Roman, ich mag dich so süß, dass ich sterben will. Ahem, ahem. Ah, water! Es ist gut für deine Gesundheit und deine Sanität. Und vielleicht ist dieses Game auch, too. Es sollte gut sein. Oh, Monika. Herr Roman. Frau Juri. Frau Natski. Herr Roman. Frau Sayuri. Frau Sayuri. Herr Roman. Frau Natski. Herr Roman. Herr Roman. Herr Roman. Frau Sayuri. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder vielleicht sogar einen Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dermann.